Oh Geil hin! Was geht jetzt hier? Es geht schon mal los, sie alle! Kloppte Katte hier! So an was jetzt? Es beschissen ist! Eine Fresse! Ich fahr jetzt nicht mehr um! Na ja, mal gucken jetzt! Jetzt geht es wieder rund! Hörst du eine Fotze in deinem Mund? Ja, mal gucken hier! Es ist so schwer! Spiel! Es ist so wifftig! Ich möchte dich dann sehen! Es ist so, es darum geht's! Es ist so, es geht um die Mähne! Gell'si! Es ist der Binky wieder her! Alter Schwanz! Wann du los jetzt? Letzend hier! Nehmen wir, ich brauche ja nicht mehr F3 hier. Warum bin ich? So schnell geht es hier! Jetzt weiß ich nicht wohin. Guck hier! Guck hier! Guck hier! Was ist das denn? Geil! Ich muss zuerst alles meine! Ne, da kommt er nicht rein! Guck hier! Wann doch? Ich bin schon hier! Oh Gott, komm! Ich bin schon hier! Das ist hier! Und was ist hier? Jetzt. Schuss! Er ist nicht so gut! Er hat den Alarm gelegt! Ihr könnt euch mal ein paar Hälfte! Schuss! 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 Hauu! Du mörgst Simmts atore SchЫ Soll ich jetzt noch auf den Kopf kommen, also, und mancher, ja, aber jetzt geht's auf einmal. Ja, alle haben die Trotz gehen weiter, völlig schon verankert. Also, sie verfolgt gerade sehr sieben. Warum haben wir keine Fritz-Dier? Zum einen Schöter. Einmal. Schöter. Das sind die Fritz-Dier. Einmal. Einmal. Die Fritz-Dier, auf jeden Fall der Wind. Einmal. Mach! Mach, are you still with us? Mach! Mach, are you still with us? Mach, are you still with us? Take them out! Move back, are you still with us? No! In your arms, we die! The gun is still with us! The gun is still with us! It's not that we're not still with us! The gun is still with us! Let's go! Let's go! Ich bin nicht so weit, ich bin so weit. Aber ich bin nicht so weit, ich bin nicht so weit. Oh Gott! Ich bin nicht so weit, ich bin nicht so weit. Ich kann nicht ein Locken auf Lieber's Position. Kannst du hochladen über die Stadt? Und ich kann versuchen, ihre Cellfone's GPS-Signal. Ich kann nicht die Lieber's Signal. Es ist zu viel Interferenz. Ein Radio-Transmitter ist blockierend die Frequenz. Du musst es zerstören. Ich habe es auf deinem Map. Map, sind wir noch mit uns? Map! Kannst du hochladen über die Stadt? Und ich kann versuchen, ihre Cellfone's GPS-Signal. Ich kann nicht die Lieber's Signal. Es ist zu viel Interferenz. Ein Radio-Transmitter ist blockierend die Frequenz. Du musst es zerstören. Ich habe es auf deinem Map. Doctor St pathet. Ich habe es auf der Ohr-Signal. Ganz sicher wie右 an toxicburg-Signal. Und du musst es auf deinem Pizza und deine dreaminghe baik. Was ist denn nun ich? Was ist denn nun ich? Was ist denn? Waaah, du bist mir wohl, ich hab das... ...eine Scheiße. Sie sind schon arschende Scheiße. Oh je, aber da ist nichts mehr. Zeh, aber da ist nichts mehr. Zeh, aber da ist die Stadt dabei, ja. Aber was weiß ich denn nicht. Zwei, 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 zwei. Zwei. Glut. Zwei, 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 drei, was weiß ich denn. Ach. Nein. Zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Ich bin in der Tat. Sieht ihr eigentlich an? Sehen wir fertig! Du bist in die Kirche, mein Bestandteil! Geht's RP ins Klingel! Ich bin auf der Tat! Bevor ich mich nicht so sehen, dass ich mich nicht so sehen kann? Bevor ich mich nicht so sehen kann, mein Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Sieh das. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Yes! Good shooting. They've scrambled some attack choppers to intercept you. Watch your back. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So ich bekomme die Tür. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so fühle. Oh nein! Oh nein! Daher bellet's doch nicht mehr. Behebel! Bist du das nicht, was du magst? Wo bist du? Leeru ist in der Stadt stehen. Es ist nur so, so kann ich dir aus, was ich schnauze. Komm her. Bye-bye, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Warum fern ich mich denn jetzt hier? Ich bin viel klar. Es ist bescheuert oder was? Es ist die ganze Brunnen hier. Ich gehe nicht mehr. Ich komme an die glowingsten. Ich bin viel mehr. Ich bin viel mehr. Ich bin viel mehr. Ich habe es! Sie muss in diesem Gebäude stehen. Hast du eine klare Schuss auf die Gäste, Mac? Ja. Wo ist es so? Das war ich mir letztes Mal. Ich habe zwei Stunden gesucht. Dies ist das vor allem nicht. Mac, ist das du? Sorry, ich war so lange. Bist du okay? Ich bin blind. Get out of here, Mac! Ich habe etwas, ich muss auf jeden Fallen. Nein, nein! Das ist ein Schlagze. Das ist ein Schlagze. Das ist ein Schlagze, das ist ein Schlagze. Das ist ein Schlagze. Was ist das Schlagze? Das ist ein Schlagze. Das ist ein Schlagze. Ich habe es schuldigung! Wettbewerb! 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 Oh, no! Libra, kann ich mich? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Das ist der Mensch! Schau! Ah! 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 Come up your weapon! Ah! 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 Not right there! Ah! Ah! Machmo's? Moremo's nich! I'll be cocky you my lady! Ah! 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 Sleeper? No! 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 Ah! No! 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 Libra, can you hear me? Libra, can you hear me? I'm sorry, I'm a KDR! Libra? No! Just get me! Libra, kann man hear me? Baby! Libra, kannst du mir hören? Libra, kannst du mir hören? Libra! Can you hear me? Libra! Can you hear me? Fire! Goddammit! Fire! 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 Was ist das? Was ist das? Libra! Can you hear me? Libra? No! Libra! Libra! Can you hear me? Libra! Can you hear me? Libra! Why are you afraid? Libra! 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 Okay. Okay. Stop where you are! Stop where you are! Libra? No! Three! Three! That fucks me up! Three! Bish! You're in the door. Sugar! The world! Now you're in the sky! HAAA! Get out of my way! Yes, you're in the sky! Die Heimelassen Das war's für heute. Libra? No! Libra, can you hear me? Libra, can you hear me? No! Libra? No! Libra... No! Yes! Oh, no! Libra, can you hear me? Libra, can you hear me? Yeah, there! Libra, can you hear me? Libra, can you hear me? Libra, can you hear me? Oh, das ist so geil, Mark. Wenn wir es hier sehen, dann sind wir immer sicher. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so geil. Meine Zwerfer. So richtig behindert. Oh, wirklich, ey. Meiner Fall, das ist ja nicht alles! Das ist ja nicht alles, man geht ja noch mal ab, wo hoch! Das kommt ja auch noch richtig geil! Was soll ich das? Was soll ich das? Das ist ja nicht alles, was soll ich das? Das will ich nicht alles! Ich bin nur auf! Das ist ja nicht alles! Das ist ja nicht alles! Going in the Corporation logs. I marked it with your map. There'll be a heavy guard on the building. That's what happened last time. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Geht ihr mit den Fall aus? Geht ihr mit? Die Knie hat keine Bekannte. Geht ihr mit? Geht ihr mit? Ja oder? Es ist klar, Libra! Geht ihr mit? Dein aufgehebter Pläne, Yournz ist los! Der nächste, hier wieder! Ein weiterer Geht! Der Weg geht zu meinem Urheil. Ich zieh nochmal neben, aber es wird zu alles nichts. Ich habe mich. Und die Linie. Und jetzt gleich vom Kleiner Moor. Die Linie. Die Linie. Die Linie ist weg. Sie sind weg. Oh mein Gott. Schau mal weg! Hau was! Du bist du? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Schau mal weg! Hau hen nicht sicher! Hau wirst du? Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann! Oh mein Gott, das ist so schwer! Oh mein Gott, das ist so schwer! Jawohl! Ach, jetzt kurz erst mal aufheben. Warum muss ich hier jetzt so richtig geil haben? Ist der Computer beschützt! Hatch me through to the PC, and I'll begin the data transfer. Ich hab nur keine Energie. Oh geil! Boah! Boah, das nützt ja auch nichts! Das nützt ja auch nichts! Wir suchen! Wir suchen hier! Jetzt ist es geil! Wir suchen hier! Wir suchen hier! Wir suchen hier! Was ist das? Was ist das? Wir gehen in Richtung und langes Aspekt. Das ist ein Hände der Hände. Leck mich an der F***er. Los, bewegt dein Haarstuhl. Hassliche Schlampe. Kleine Dicks-Futzer. Was ist das? Mein Name ist das? Kump Charme? We greater beyond Kleine Dicks-Futzer. We need a hospital on the suspect too. Das ist aber normal! Das ist aber nicht normal! Das ist aber nicht normal. Das soll ich nicht gern geben, oder? Alter, ich frage mich richtig, wie es das Spiel auf dem Markt geschafft hat! Natürlich! Was ist das? Na, der ist so mies! Ich bin sehr effektiv! Warum auch nicht hier? Das ist auch nur… Watch your back! Sechstiner Meule! Watch your back, Lieber! Coming! Ich habe ihn aus! Attack! Neutralize him! Breathe and drop your weapon down! We need a visual on the suspect! Protect that terminal! I'm still downloading! Libra, can you hear me? Oh no! Let's go, please! I took my phone off! And I can't see anything! I can't see anything! Please, are you alright? Patch me through to the PC, and I'll begin the data transfer. The PC needs to save! What?! Oh, the bluffer! Proxy mine! I must pissen! I know I'm so good! I'm so tired! Grappin' Nac! Crack! We're Guys! Go on! Get her! Neutralize! I've got to kill him! UGH! Watch him, man! Sie sind zurück, Libra. Sie kommen. I'm still downloading it. I'm still downloading it. Terminal's been destroyed! Was ist das? Du! Das hier macht auch. Das hier macht auch. Du weißt es nicht noch. Watch your back, Libra. They're coming. Die! That's so? You are detected. Attack that terminal. They're still downloading. Nooo! In Fluxmlo! Did you find a link? Das ist noch ein bisschen langer. Das war's für heute. Sieht nicht. Sieht nicht. Der Leber? Nein! Mach? Komm in, Mach. Kann du... Mach! Zeit, um zu gehen. Halt es ruhig. Da kannst du nicht glauben, ne? Nur geil! Ja, heiß! Das wird aber nur geil, da können nur ein paar Sachen hören, weil ich meine Stimme bestimmt verlieren. Was war denn jetzt? Let's see, we've got some spreadsheets, some schematics, all encrypted. Hey, what's this? A video file? Congratulations! You've been invited to join a coalition of peace-loving nations dedicated to protecting its citizens from the horrors of these unstable and dangerous times. As we all know, the corporation is no stranger to terrorism and revolution. We've experienced the horror of violent insurgency, of fanatical terrorists, and treachery from within our own borders. But through the marvels of modern pharmaceuticals, the corporation has found a safe, peaceful means to combat domestic terrorism and ensure the safety and happiness of all of its citizens. Empyrean works to safely and discreetly pacify the regions of the human nervous system that cause reactions such as disobedience, rebellion and violence. Through discrete distribution methods, specifically tailored to the needs and desires of its multi-layered populace, the corporation has managed to subdue the dangerous elements of its society in the most peaceful means possible. Empyrean. Leading the way to a better future. For more information, contact your corporation ambassador. Terms and conditions apply. Your country's at risk if you do not... Aw, you gotta be chittin' me! Just when you think you've seen it all. That's what they're shipping overseas. Then the food, the medicine... The drugs! That's some nasty shit, Pato! What are we gonna do about it? We need to break the corporation's hold on the workers. We need to stop Empyrean. One of the files Leeper stole shows the locations of four key structures. These are the workers' zone distribution centers for Empyrean. Yeah, sounds like we get to blow some shit up! Not so fast. We gotta finish decrypting these plans to find the exact locations of the labs. Plus, we don't have any explosives in the arsenal. But I know where to get some. Word on the street is the Mallrats still have some fireworks left over from the last revolution. I'm sure they're just itchin' to use it. Let's give them some focus for all that teen angst. I've marked the mall on your map. No, 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 no. I'm getting here. I must piss, no. We want this new home. We want this new home so that ya can be one of those rosses at home. See your car. The販壬 was usually ours getting traded from and already bought them. Why does it have been regulated in these traps till somebody for dinner? Just so? I think it'll be easy to take the 거. See if we ее away. We love going eventually. We love going now. Untertitelung. BR 2018 So, bin ich wieder. Oh ja, aber ein bisschen. Wo weiß ich mich hier wieder erwartet? Das Problem ist nicht das Ziel an sich. Die Gegner sind einfach zu schnell. Das Ziel, den auch zielen kann. Was ist das für ein Glück? Was ist das für ein Glück? Was ist das für ein Glück? Das geht nicht los. Halt die Treppe. Es ist Showtime. Take them out. Take me this, man. Das jetzt. Da ist meiner. Das ist RISING. Das ist RISING. Das ist RISING. Ich bin mit dir, Dick! Ich bin mit dem anderen. Jesus, Gutes. Let's get it! So am I. Anyway, listen, period. It's some nasty shit. Who knows how long they've been pumping this crap into us. It's in everything. And they told me I was an underachiever. They were putting it in the drugs they were peddling to the ghetto kids. But in this neighborhood, they figured the best way to get it to the masses was to put it in the fast food. So what do you say? You gonna lend us some of that firepower or what? What if I could, man? But the enforcers raided our shit two weeks ago. They got fucking everything, dude. They don't even trust us with matches. You know where they took them? So no! Probably stashed it in the precinct block up where they put all our stolen toys. Well then let's go take it back, little man. Why not? Got nothing better to do. I've marked the enforcer precinct on your map. Yeah, that's really cool. See, there's a group here. What if I was on here? What if I could play on the streets? If I could play on the streets? Do you know where you are? I don't think so. What if I'm trying to play on the streets? Well it was so good. What if I had been on here? I've had a bad. I didn't even know. I'll have a bad idea. I'll have a bad idea. Oh, I'll have a bad idea. What's farts that are done? I'll have a bad idea. Was ist das jetzt? Ach du liebe Zeit, ich glaube es ist, wie war sie dich? Ich habe alle gebraucht, wie was? Mit dieser Abwehrrate aufbauen musst du ja, das war auch geil. Das war scheiße, ich hatte einen Schwanz nicht gesehen. Ich stehe an der Ecke um mir ab und schütze. Es ist ein Pistole in der Arsch. Ich hoffe, ich habe keinen Weg, nicht hier. Das ist ein Pistole in der Arsch. Das ist ein Pistole in der Arsch. Ich werde die Maul-Rats in erst, um sie aufzuhören. Jetzt bin ich, jetzt bin ich wirklich. Mal-Rats. Wir können nichts. Mal-Rats. Wo bekomme ich? Mal-Rats. Mal-Rats. Das spritory auch engfragen, deine Schale auch, inérieur zuсолют. malver мире Jaer dentro. Ich bin euch in die Abwehrrägen toxin. Einpel. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist die Welt? Ja ja ja, ist es genug. Es ist auch schon ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my god, oh my god. 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 You still with us, big guy? Sorry, you should be bothered. Oh my god. Oh my god. Stealing. That Hello. Is there in ten ways? Come in. Un Maleник. That's too sorry. What's wrong on me ? That's too funny. Wie gesagt, ich bin euch just for fun, ich habe einen perfekten Müll das hier, als Öl für mich. Freeze, crack your weapon! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Soll es auch bei mir sein, dass es so, 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 dass es so. 4 4 5 5 6 10 12 13 14 14 15 15 16 16 17 16 21 Just one more to go. Good job guys. Okay Mac, head back to the safe house. What are you doing? What are you doing? Do you know what the hell is going to do? Hey, that's what you are doing. That's the way you're doing it. Schmerz, nämlich müssen wir uns jetzt erst mal verlieren. Manometer, manometer. Da. Gibt's nicht sowas? Ich nicht. Teilweise, aber vor allem nicht, prüft das keiner. Also eigentlich, ne? Wir haben bereits den Perimeter mit Fake Work Permits geholfen. Leute, nachdem ihr auf den Boden sind, ich brauche, einen von den drei Beacons die ich gegeben habe, und die Locationen auf Ihren Map. Die Beacons will uns auf den Corporationen Satellite Transmitter. Drop die Beacons auf die Map-Lokationen. Wir lassen uns auf die Locationen des Transmitters. Wir lassen uns auf die Schmerz zu fliegen. Spanky, da sind wall-ratsen rund um dich, die helfen uns. Wir lassen uns auf die Schmerz zu fliegen. Die Schmerz zu fliegen.